Oh Leute, was geht ab Leute, heute gibt es wieder Döner, der wurde von dem KI ChatGBT kreiert. Wir waren letztens bei Hans Kebab und die haben ja jeden Monat Döner des Monats. Diesen Monat wurde er mit ChatGBT kreiert und ich hatte schon länger vor, jeden Döner des Monats zu testen, also einmal im Monat bei Hans Kebab vorbeizuschauen. Jetzt wo wir den Kollegen am Start haben, der noch kritischere Boss, machen wir das jeden Monat. Let's go, sorry, übrigens hier, letzter Platz vom Gum Ranking Leute. Ihr denkt euch, hä, das sieht doch irgendwie anders aus. Das ist die andere Location, die zweite, die wollten wir auch nochmal abchecken. Mal schauen, ob die Qualität gleich bleibt. Übrigens Hans Kebab, beziehungsweise der Boss Chian, war letztens bei Jungen in der Show of Box. Den gibt es heute, Leute. Das ist der letzte? Ja, das ist der letzte. 10. 10 von 10 und, also 10. Platz von 10 und 3 von 10 Punkten, glaube ich. Das ist in der Location. Das ist eigentlich traurig. Was erwartest du jetzt auf Nöder? Glaubst du, der kann was? Ich glaube, dass der was kann, ja. Ich glaube, dass es nicht schlecht ist. Wobei, die anderen aus bin ich immer kein so ein Fan von. Ich auch mal. Ich mag nicht, dass meine Hauptspeise süßlich ist. Muss deftig sein. Ich habe überlegt, dass ich gesagt, ohne Abwasser, das bringt nichts. Ne, das bringt nichts. So, das ist so, Leute. Also, direkter Unterschied, den ich merke, ist, hier ist ordentlich viel Soße drauf. Tatsache, ja. Ordentlich viel Soße. Letztes Mal haben wir gar keine Soße drauf. Und hier diese super saftigen Pommes, Leute. Ohne Soße, damit die schön geil knusprig bleiben, Mann. Der superkritische Boss ist wieder am Start. Kannst du nicht essen. Ohne Soße, damit die schön geil knusprig bleiben. Besser als Original. Besser als Original. Ja, das ist immer sehr gut. Wobei, Original ist auch Baseball. Der war ja... Hallo, servus. Der hat wahrscheinlich viel mehr Geschmäcker und so. Viel mehr Struktur. Ich dachte, was am wenigsten passt, ist die Barbecue-Sauce. Aber die bekommt am besten. Also, ich finde den gut. Ich finde den gut. Man schmeckt die Ananas null. Aber bringt die Ananas auch was? Bringt die irgendeinen Faktor in diesem Spiel hier? Oder ist die einfach nur drin für den Namen? Die bringen was? Okay, krass. Aber du schmeckst die so wirklich nicht so einzeln. Ja. Das ist eine gute Kombi, Mann. Sagt, das ist eine gute Kombi. So, Döner des Monats hat drin. Das krasse Brot, das wir schon kennen. Fleisch, könnt ihr dann auswählen. Kalb, Chicken oder gemischt. Barbecue-Sauce. Schwarz-fermentierte Knoblauch-Sauce. Frischer Blattspinat. Würziger Schafskäse. Geröstete Haselnüsse. Gegrillte, fruchtige Ananas. Rote Zwiebeln mit Rucola. Die Barbecue-Sauce kommt echt geil. Die Nüsse kommen geil. Die Ananas ist auch gut. Tatsächlich. Die ist so kuchtig. Aber nicht gut. Es ist auch schwer für die durchzukommen. Gegen die Barbecue-Sauce. Deswegen ist es okay. Der hat auf jeden Fall ordentlich Schleber. Ja, das ist gut. Das kannst du nicht über deinen mangelnden Schleber nicht beschweren. Noch mit den Kirschtomaten wäre anders krass. Rischkirchen. Ja. Wenn sich das Boot mit dem Kleid saft. Weißt du, was mir bei dem immer auffällt? Er ist unten clean. Es gibt manche, die unten dann vorne suchen. Dann wird es hier weich und gibt manchmal sogar ein Loch. Es gibt halt die Diananasse. Okay. Alles gut. Ich glaube, dass die Pommes sind hier sein, Leute. Lassernand-Rating. 6,5. Das ist ja schlecht. Das ist ja schlecht als der Original. Ja. Ich will nicht schauen. Weil es halt kein Döner ist. Kein Döner. Also, es hat teilweise so geschmeckt, wie wenn du gegrillt hast. Mit der Barbecue-Sauce. Gut, aber halt nicht wie ein Döner. Also vieles ist untergegangen unter der Barbecue-Sauce, muss ich sagen. Stimmt. Auch das Fleisch. Ein bisschen. Ja, der wird ja so in der Form eh nie wiederkommen. Ich will auch nicht. Ich kann mal sagen, was man so die anderen noch besser ist, aber gut sogar. Ich gebe dem 8. Ich fand den... Nein, 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 ich kann gar nicht 8 geben, weil ich ihn schlechter fand als den... Mit den Kischtnummern. Mit den Kischtnummern, den Classic, ja. Aber ich fand ihn besser als den Original, also muss ich 7,5 geben. Er hat einfach die Power. Klar, wenn man jetzt so bedenkt, okay, die Power kommt halt hauptsächlich von der Barbecue-Sauce und die hat eine Menge vom Fleisch und allen anderen Zutaten übertönt. Aber hat schon getaubt. War mal was anderes? So ein saftiger Döner mit Barbecue-Sauce. Fleisch, war schon geil. Die Nüsse für Crunch, die fand ich auch geil. Also die haben mir mehr getaubt als den Kollegen. Ja, Spinat war unnötig, Käse war unnötig. Äh, was gibt's da sonst noch? Ja, die Knoblauch-Sauce. War wahrscheinlich da. Hat vielleicht auch noch was geändert, aber so allein hat man die nicht geschmeckt. Aber vielleicht hat sie dadurch das andere nochmal irgendwie verändert. Aber so allein hat man die nicht ausgeschmeckt. Brot war geil, so wie immer. Fleisch, ja. Bisschen runtergegangen, aber sonst gut. Ja, und die Ananas, ja. Überraschend besser als erwartet auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Er haut hier ein paar richtig gute Ideen raus. Ja. Die Nüsse zerschlagen, nicht zum Arger, für wenig. Dann kannst du sie ein bisschen so drüber krampfen. Aber ja. Ich bin mir in der Klasse und ich dachte, ich bin mir 100% sicher, dass sie mit uns in der Klasse waren. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist wohl unser nächster Spot, Leute. Wie sieht das aus? Sieht auch schon geil aus, oder? Eigentlich muss man noch beide Sachen probieren. Köfte und... Achso, ja, safe. Wir sind eh zu zweit. Ja. Ein Dürkmal in Köfte. Ja, das wird die nächste Location. Wollen wir ein Sendling? Das war mein Hochzeitsgeschenk fürs Wochenende. Der Döner des Monats war sehr gut. Hat mir echt gut geschmeckt. Schwer mit den regulären Dönern zu vergleichen. Vor allem, nach diesem Monat sind sie wieder weg. Für immer. Was wir machen können, ist, die Döner des Monats mit den Dönern des Monats zu vergleichen. Also die verschiedenen Monate. Und dann sozusagen den Gewinnern des Jahres. Ansonsten danach gechippene Shisha gegönnt. Ich hatte die Idee, jede Shisha-Ball in München zu testen. Aber es ist schwieriger als erwartet, ein gutes Video daraus zu machen. Weil du chillst dann mit deinen Leuten, deinen Freunden. Ist nicht dasselbe, wie wenn du jetzt alleine hingehst und konkret diesen Laden testest. Du gehst rein, filmst Interior, Toilettencheck, was weiß ich noch, worauf man achtet. Ich war jetzt bei zwei Shisha-Bars. Und beide kann ich nicht wirklich als Folge verwenden. Als separate, ey, ich taste eine Shisha-Bar-Folge. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ich das umsetzen soll. Vielleicht verwerfe ich wieder diese Idee. Aber das war's von mir. Und meinem Kollegen Hamid, der noch kritischere Döner-Boss. Und Hans K-Pop, Döner des Monats. Ihr wisst bestimmt, wenn wir mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin, Diefen, Crow. Crypto Cash, wo wir gehen, jeden Tag tracken, serious business und ciao.